Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Der weiße Hai Star Wars Indiana Jones Jurassic Park E.T. Unheimliche Begegnung der dritten Art Harry Potter Schindersliste Kevin allein zu Haus Superman Was haben all diese Projekte gemeinsam? Den Komponisten John Williams. Und über diesen ist nun eine Dokumentation herausgekommen mit dem Titel Music by John Williams, inszeniert von Laurent Beaucerreau. Und mit mir zusammen spricht über dieses Werk der Dom. Und ich bin Lasse. Hi! Moinsen! Ja, wir haben diese Dokumentation hier leider nicht im Voraus schauen können. Deshalb besprechen wir sie am Erscheinungstag am 1. November 2024 für alle Disney Plus Abonnenten ab jetzt zu bestaunen. Dom, was ist deine Meinung allgemein? Wie stehst du zu dem Mann der Legende John Williams? Ja, ich könnte natürlich jetzt um die Ecke kommen, dass John Williams komplett überbewertet ist, genauso wie Steven Spielberg. Aber ich versuche es erst gar nicht, denn ich will nicht lügen. Ich kann auch nicht lügen zu diesem Mann. Es ist jemand, der, glaube ich, jeden halbwegs fachkundigen Filmfan wahrscheinlich schon ein Leben begleitet. Und manche von ihnen haben es vielleicht auch eher nur so indirekt bemerkt, weil es ist schlichtweg Wahnsinn, was dieser Mann in seiner Karriere vorzuweisen hat. Wir haben ja gerade eben schon wirklich die bekanntesten Titel, eigentlich so die gefälligsten Beispiele, sage ich jetzt mal, aufgezählt. Aber ja, es ist ein Fass ohne Boden. Also wenn man hier in der IMDb guckt, er hat wirklich allein, also nur wirklich als reiner Komponist hat er 176 Werke vorzuweisen. Wobei natürlich jetzt ja auch irgendwelche Making-of-Dinger und so bei sind, aber das kann ich auch schon mal sagen, in dieser Doku habe ich zum einen generell sehr viel Neues erfahren, aber auch vor allem, ja, an welchen großen Titeln der Filmgeschichte, der vorher schon mitgewirkt hat, bevor er hauptverantwortlicher Komponist wurde. Ja, absolut. Das hat mich auch sehr begeistert, halt der kleine Ausschnitt aus einer Tefka und verschiedene andere Sachen. Ich habe auch einiges Neues erfahren, aber ich denke halt mal, um direkt so das vorwegzunehmen, halt extreme Die-Hard-Fans von John Williams werden vielleicht nicht super viel Neues erfahren. Ja, letztendlich geht diese Doku ein bisschen auf seine so private Vergangenheit ein, aber nicht so direkt so auf so ein allgemeines Privatleben. Ich schätze vielleicht gibt es auch nicht besonders viel darüber zu erzählen, weil er einfach so viel arbeitet und das sagt er ja auch selbst. Definitiv, ja, der ist ein Workaholic. Ich meine, hier kommt an einer Stelle schon als Beispiel, dass er, glaube ich, 1977 drei Soundtracks veröffentlicht hat, ne, zu Star Wars, unheimliche Begegnung der dritten Art und noch irgendwas, ich glaube Superman, ne, irgendwie alles so mehr oder weniger in einem Jahr. Genau, ja, also das ist halt das Verrückte und die gehen ja auch mit darauf ein, dass Spielberg ja auch im selben Jahr öfter mal sehr gegenteilige Projekte gemacht hat und da John Williams auch daran beteiligt war. Und eins der bezeichnend zum Beispiel ist ja eben Jurassic Park und Schindlers Liste. Ja, aber einige Sachen über sein Privatleben und seine Vergangenheit wusste ich schon, zum Beispiel das tragische frühzeitige Ableben seiner ersten Frau, darüber wusste ich Bescheid durch eine andere Quelle. Das war mir gar nicht geläufig, muss ich zugeben. Oh ja, das ist halt eine sehr traurige Geschichte. Was ich nicht wusste, ist, dass einer seiner Söhne der Liedsänger von Toto ist. Das ist ja auch meine Hausnummer. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mir einfach echt nicht träumen lassen, was alles von diesem Mann ist. Also zum Beispiel auch die Olympia-Fanfare, die es ja, glaube ich, seit den frühen 80ern gibt und die ich persönlich in erster Linie, Schande über mein Haupt, durch das fürchterliche TV-Total-Turmspringen von Stefan Raab kennengelernt habe. Aber dass die von John Williams ist oder auch, keine Ahnung, irgendwie auch von irgendeiner News-Sendung in den USA, dass das Main-Theme, alles Mögliche. Oh ja, NBC. Genau, ganz genau. Dann ja die Titelmelodie für die alte Lost in Space-Serie, die auch für die Netflix-Adaption nochmal neu aufbearbeitet wurde, soviel ich weiß. Und das ist eben das Lustige, was die Doku auch so aufdeckt, dass er so nach und nach da irgendwie reingerutscht ist und aber auf jeden Fall eine sehr musikalische Vergangenheit hat und als Pianist begann nach und nach so als Arrangeur, Orchestrator, Dirigent und nach und nach kamen eben kleine Fernsehprojekte und irgendwann lernte er dann diesen jungen Hüpfer-Filmemacher namens Steven Spielberg kennen und ab da änderte sich dann alles. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Arbeiten haben die zusammen gemacht? Ich glaube, er ist ja wirklich bis auf wenigste Ausnahmen, ja, doch er ist bei nahezu allen Spielberg-Filmen beteiligt gewesen. Mir fiel da jetzt höchstens Ready Player One ein oder West Side Story zuletzt. Welche er auch nicht gemacht hat, war Color Purple. Stimmt. Und Bridge of Spies. Stimmt, der ist von Thomas Newman, der auch hier in der Doku auftaucht, nebst einigen anderen, die ich hier wirklich gar nicht erwartet hatte. Ja. Gekrönt von, ich weiß, ich weiß echt nicht, warum er hier zugegen war, aber der Family Guy-Erfinder Seth MacFarlane mischt hier auch mit. Ich glaube, ich weiß warum. Einerseits, weil er auch schon viele John-Williams-Gags gemacht hat und er hat ja schließlich auch die Family Guy Star Wars-Parodien gemacht und da benutzen sie die Originalmusik und Seth MacFarlane ist ein extrem großer Verfechter von klassischer orchestraler Filmmusik, aber auch ein großer Liebhaber von Jazz. Und da ist natürlich John-Williams eine große Hausnummer. Ja, okay. Und entsprechend ist es schön, mal so diese gewisse andere Perspektive dann eben zu hören. Wir haben ja auch ein Mitglied von der Band Coldplay, welcher eigentlich nur so eine reine Fan-Perspektive mitbringt. Mhm. Wo er eben halt sagt, was er mit einem bestimmten John-Williams-Stück verbindet. Und es gibt ja diese besondere Szene, wo er auf seinem Handy das E.T.-Stück vorspielt. Ja. Und ich denke mir, ja genau so bin ich, wenn ich Leuten Filmmusik vorspiele. Ja, Gruß nach Kassel. Man merkt natürlich schon, aus welcher Blase diese Doku kommt. Also sie ist ja von Lucasfilm produziert. Dementsprechend finden sich hier J.J. Abrams, Steven Spielberg, Ron Howard, alle so aus dem Dunstkreis von John-Williams. Und man merkt auch, dass der Fokus der Doku stark eben auf der Zusammenarbeit mit Steven Spielberg liegt, was man aber auch verstehen kann. Also das ist nun mal wirklich der Nukleos seiner Karriere. Also ich habe jetzt wirklich nicht nachgesehen, aber wenn man jetzt halt überlegt, wie viele Filme Steven Spielberg seit der Weiße Hai gemacht hat. Und bis, wie gesagt, auf einige Ausreißer war da immer John-Williams mit an Bord. Und wenn man da alleine schon überlegt, was da an ikonischen Main-Themes und Melodien entstanden ist, ist es schlichtweg Wahnsinn, wirklich. Und zugleich finde ich es toll, wie down to earth dieser Mann ist. Ich meine, der ist mittlerweile über 90. Angeblich war ja Indiana Jones 5 sein großer Abschluss. Er gibt allerdings noch so ein bis zweimal im Jahr Konzerte. Vergnügt sich dann ansonsten eher so auf Golfplätzen inzwischen. Ich meine, es ist ja irgendwie auch ein altes Klischee, dass Leute ab einem gewissen Alter so, ne, dann auch eventuell geistig nicht mehr so auf der Höhe sind. Aber John-Williams widerlegt dieses Klischee wirklich komplett. Man sieht zwar schon, dass der jetzt doch wirklich in die Jahre gekommen ist, aber der hat ein nahezu biblisches Alter erreicht und dafür ist der immer noch echt ordentlich beisammen, finde ich. Ja, total. Also, es gibt sehr viele Interview-Sections mit ihm. Da wirkt er vollkommen da. Er ist sehr, sehr lustig, sehr humorvoll, super entspannt. Ja, total. Er glänzt mit großem Wissen natürlich und auch einer besonderen Begeisterungsfähigkeit. Und das ist eben auch das Besondere, vor ein paar Jahren gab es nämlich auch eine andere Filmmusik-Dokumentation namens Score, welche eher so das Thema allgemein behandelt hat. Und da zum Beispiel ist er nicht persönlich drin, sondern da gibt es nur Archiv-Footage von ihm hier und dort. Aber da hat er halt keine persönliche, halt neuere Interview-Section. Und deshalb war es halt sehr schön, ihn hier so unverfälscht zu sehen, wie dann auch Steven Spielberg einfach dazukommt und sie dann gemeinsam so abnerden. Also, man merkt einfach, dass es zwischen den beiden absolut immer noch funkt. Und eben auch verschiedene andere Perspektiven zu hören. Lustigerweise eben auch ja, Ernst, Westry, Thomas Newman, David Newman. Ich glaube halt, alles Komponisten, die dann an anderen Spielberg-Filmen jeweils gearbeitet haben. Das war so ein bisschen die Verbindung dabei. Ja gut, David Newman hat der, was hat der nochmal gemacht? Galaxy Quest hat der gemacht, glaube ich, ne? Ich meine, der hat die musikalische Leitung gemacht bei West Side Story. Ah, okay, okay. Okay, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber... Ja, ich glaube, das war die Verbindung, glaube ich. Ja, aber es ist halt ganz fantastisch, so verschiedene Geschichten zu hören. Ich fand durchweg bei dieser Doku den Schnitt grandios. Ja. Zumal nämlich auch es einige so schöne Easter Eggs hier und dort gibt. Zum Beispiel, wenn sie über seine GI-Phase sprechen, wo er dann ja auch in einem Orchester und so gearbeitet hat, dann als Pianist etc. Da spielen sie das Thema von Spielbergs 1941. Ja, das war cool. Und das fand ich einen sehr, sehr lustigen Touch. Und es ist voll von anderen Sachen halt. Ich bin nicht wirklich... Also ich weiß nicht wirklich viel über seine Jazz-Karriere allgemein, aber die Sachen halt, die man hört, sind richtig toll. Und sie sprechen ja auch darüber, dass er, dass seine Roots hier und dort erkennbar sind, halt nicht nur im Original Star Wars mit einem ganz bestimmten Stück. Und ein besonderer Moment hat mich so richtig gecatcht, wo sie mit einem bestimmten Bereich aufhören. Dann ist Schwarzbild. Und dann hört man... Und ich dachte mir, das war so eine grandiose Wirkung. Ja. Wie diese Art der musikalischen Überleitung, wo man dann sofort merkt, oh, ich weiß, worauf es jetzt geht. Ja, ja, das mochte ich auch sehr gerne. Generell fand ich auch die Erzählstruktur sehr interessant. Also zum einen, ja, natürlich haben sie sich so ein bisschen an seiner Diskografie oder Filmografie entlang gehangelt. So chronologisch, aber nicht so stoisch. Und das immer mal wieder aufgelockert mit Anekdoten, ob sie jetzt von Weggefährten kamen oder von ihm selber. Man muss sagen, er selber kommt auch wirklich mehr als deutlich zu Wort. An einer Stelle erzählt er wirklich, dass der bis heute eigentlich dieselbe Arbeitsweise hat wie noch früher. Also ich meine, Star Wars, da war der so, oder der Weiße Heider, war der so Anfang 40. Und ich meine, der sitzt da dann auch an seinem Klavier in erster Linie und du hast wirklich das Gefühl, dass der aus dem Gedächtnis jede, wirklich gefühlt jede Note spielen könnte, die er jemals für einen großen Hollywood-Film komponiert hat. Also und zugleich strahlt der Mann dabei eine wahnsinnige Bescheidenheit, Besonnenheit wirklich schon aus. Also auch wenn der irgendwie mit anderen redet, das wirkt irgendwie nie so belehrend, irgendwie von der Kanzel herab oder so. Und zugleich merkt man aber auch natürlich, was so, also das betont ja auch Spielberg an einer Stelle, dass er und Williams immer sehr viel Wert auf orchestrale Musik legen. Und das ist natürlich dann ein Stück weit auch so ein, ich weiß nicht, ob es so ein kleiner Seitenhieb in Richtung der Hans-Zimmerschmiede gewesen sein könnte. Ich meine, das Ding ist ja, aus John Williams Sicht sollte kein negativer Seitenhieb sein, weil er auch gesagt hat, diese jungen Komponisten, die mir auf Elektronik setzen, die machen das auch ganz wunderbar. Und ich wünschte, ich könnte noch länger auf dieser Welt sein, um alles zu hören, in welche Richtung das noch geht. Ja, aber es ist, gegen Ende geht es so ein bisschen so in die Richtung von wegen, und das war der eine so ein bisschen negative Moment bei mir, wo sie halt gesagt haben, oh, diese Art von großorchestraler Filmmusik stirbt aus. Meiner Meinung nach ist das nicht der Fall. Es ist halt einfach nur, dieser besondere Williams-Stil ist natürlich etwas sehr Eigenes, aber gerade J.J. Abrams sollte es besser wissen durch seine Zusammenarbeit mit Michael Giacchino, weil der in eine sehr, sehr ähnliche musikalische Sparte schlägt. Ja, definitiv. Und dann war diese Frage von, oh, das Original ist natürlich das richtig Besondere. Und da gab es eine Stelle, die mich ein bisschen irritiert hat, weil sie da über den ersten Spielberg-Spielfilm Schokoladexpress reden, von dem ich den es gar nicht kannte. Und dann spielt sie da diese Mutter Monika-Melodie und da dachte ich, hä, das klingt aber wie Ten Days of Christmas. Aber ich glaube, das war gar nicht von John Williams, ne, meine ich, oder? Doch, doch, das war von ihm, ja, ja. Okay. Das war seine erste Spielberg-Zusammenarbeit, danach kam dann der Weiße Hai. Ja, ich fand's beim Weißen Hai auch interessant, wie sie gezeigt haben, wie da eigentlich erst ein komplett anderer Score war. Also erstmal haben sie es, glaube ich, irgendwie kurz ohne Musik gezeigt. Und dann halt mit so einem klassischen Abenteuer-Theme irgendwie meinte Williams dann ja auch, ja, es soll ja eigentlich ein nautisches Abenteuer sein. Und dann haben sie das aber irgendwie verworfen und dann hat Spielberg zu ihm gesagt, ja, schreib mal was Neues. Und Spielberg hat auch betont, dass Williams dann auch bei sowas immer mitgezogen hat. Also, dass der jetzt auch nicht so ein Dickschädel ist, der unbedingt irgendwie seine Vision durchsetzen will, sondern dass er, ja, eben dem Regisseur wirklich unter die Arme greift. Und dann zwei Wochen später ist dann Spielberg bei ihm eingetroffen und war dann so gespannt, was er jetzt so irgendwie Neues zusammengezimmert hat. Und dann erzählt er wirklich, der setzt sich an sein Klavier und veranstaltet förmlich eine Art Flohwalzer auf dem Piano. Und also halt das Jaws-Theme, was ja dann, also das ist auch für Williams durchaus ungewöhnlich und deswegen auch so genial. Das ist ja auch eine seiner wenigen Arbeiten, wo er dann tatsächlich mal so auf Synthesizer-Spuren-Elemente gesetzt hat. Ja, es ist echt der Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Ich kannte diese Anekdote auch, dass Williams ja sagte, haha, lustig. Ja. Aber das ist jetzt nicht dein echtes Thema, oder? Ja, das ist, ähm, und das hat ja, ich musste immer an, äh, an Jack Black denken in, äh, The Holiday, wo er durch die Videothek geht und dann holt er Jaws hervor. Two notes and you've got a villain. Ja, das ist, äh, es, es hat mich auch ein bisschen dran erinnert, äh, mich würde mal interessieren, ob, äh, vielleicht sogar auch ein Hans Zimmer davon inspiriert wurde bei seinem, äh, Joker-Theme, äh, als er das sich überlegt hat. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, dass das sogar unterbewusst irgendwie der Plan war, wo er gesagt hat, wir wollen so dieses unterschwellig-creepige. In der Score-Doku sagt nämlich auch Hans Zimmer, dass bei jedem Assignment er irgendwie sagt, oh, das wäre vielleicht was Gutes für John Williams, aber für mich, mal sehen. Also wo er sich auch so ein bisschen sehr, sehr netterweise so ein bisschen unter den Scheffel stellt auch. Es ist ein bisschen überraschend, dass er dann halt nicht hier, also dass nicht noch mehr Komponisten von so ein bisschen außerhalb zu Wort gekommen sind. Es sind halt schon einige, aber fast, aber so gut wie alle haben irgendwie dann auch so eine gewisse Spielberg-Verbindung. Und da dachte ich mir, das ist natürlich eine etwas beengtere Perspektive, aber trotzdem eine, wo man dann denkt, oh ja, das ist aber, naja, ist trotzdem schön, wenn man dann ein paar andere Leute zu Wort kommen sieht. Ich fand zum Beispiel auch die Section mit Kei Yo Kwan ganz entzückend, wo sie sich Ewigkeiten später bei der Oscar-Verleihung sehen und dann, mein Gott, mein Charakter, ich hab ein eigenes Thema von John Williams in Temple of Doom und das ist schon, und wie er das eben auch so schön feiert und so und diese dann auch so gemeinsam dann abnerden darüber. Es ist einfach herrlich und die Doku ist voll mit diesen kleinen Momenten. Mir fiel im Nachhinein auch ein, warum er den Film ja damals dann gar nicht gesehen hatte, weil er einfach viel zu jung war. Also Ken Hoi Kwan, müssen wir ja kurz sagen, kennt man ja jetzt mittlerweile, ist ja glaube ich zuletzt in der, doch, er ist in der Loki-Serie zu sehen gewesen und in Kung Fu Panda 4 hatte er jetzt auch eine Sprechrolle. Der hat ja den Short Round gespielt im zweiten Indiana Jones. Genau, der ist ja jetzt auch Oscar-Gewinner seit Everything, Everywhere, All at Once. Genau, großartig. Schöne Sache, dass man den auch mal wieder sieht jetzt. Ja, total, das ist richtig, richtig geil. Danach hat er ja sehr viel so als Stunt-Coordinator und so gearbeitet. Also er hatte immer noch eine halbwegs stabile Hollywood-Karriere in anderen Bereichen. Und ich weiß ja nicht, ich denke immer so für komplette, so Leute, die so allgemein oh ja, ich kenne irgendwie Harry Potter und Star Wars, da wird diese Doku noch irgendwie um vielfaches informativer tatsächlich sein. Aber allgemein ist die einfach super interessant. Das Pacing ist klasse. Man lernt, man lernt sehr viel. Also es gibt super viele interessante, coole Infos. Und zwischendurch gibt es eben auch so ein bisschen so so ernste Einschübe. Und das ist eben auch dann so super strukturiert. Bei Saving Private Ryan und Schindlers Liste vergleichsweise nah beieinander. Und das sind ja halt die ernsteren Spielberg-Projekte. Ich habe damit auch so eine gewisse Beziehung, weil ich habe das dieses Saving Private Ryan Stück habe ich selbst im Chor gesungen vor ein paar Jahren. Oh, okay. Als ich noch im Nürnberger Chor war. Und das ist schon was sehr Besonderes, das da live dann mitzuerleben, da mittendrin zu stehen. Und wir hatten da noch andere John Williams Stücke, aber die waren dann aus den Star Wars Prequels, die auch nur kurz angerissen werden. Es gibt, Star Wars kriegt einen entsprechenden Raum, aber jetzt zum Glück auch nicht so viel, wie ich so befürchtet hatte irgendwie, sondern halt auf jeden Fall, auf jeden Fall verdient Star Wars halt den Status. Das hat wirklich großorchestrale Filmmusik zurückgebracht, weil zu dem Zeitpunkt war das relativ out. Und das ist halt wirklich eine Leistung. Und ich wusste halt aber auch gar nicht, wie erfolgreich das dann war, dass dann wirklich die Doppel-CD dann echt so aus Verkaufsgekommen ist. Aus Verkauf, wie so ein Pop-Album. Mein Gott, das ist unglaublich. Und ich habe sogar eine dieser Doppel-CDs. Wow, okay. Ja, ich glaube, vielleicht war das irgendein Flohmarkt-Ding oder irgendein Geschenk. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall eine von diesen alten CD-Doppelpacks. Und es ist einfach, das ist schon halt eben wirklich bemerkenswert. Und wie es dann einfach irgendwie so die richtige Kombination zur richtigen Zeit einfach war mit ihm und Spielberg und natürlich auch George Lucas. Du hast jetzt gerade ja schon James Ryan angesprochen. Also da hieß es ja auch im Laufe der Doku, dass das Main Theme eines der Stücke ist, wo irgendwie die US Army oder die Marines, einer von beiden, die Verantwortliche irgendwie schon seit Jahren beknien, dass sie das irgendwie spielen dürfen. Den anderen Durchbruch hat dann aber eben das Main Theme aus Schinders Liste, was ja wirklich, also wenn du mal irgendwie guckst, keine Ahnung, da ist irgendwie ein Holocaust-Gedenktag im Deutschen Bundestag oder so, da wird das gespielt. Also das wirklich Schinders Liste, das Main Theme, das ist die inoffizielle Hymne der Shoah geworden. Und ja gut, man könnte natürlich jetzt überlegen, ja letzten Endes spielen sie irgendwas aus dem Hollywood-Film, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass das eventuell, also für mich ist das eines seiner besten Stücke in jedenfalls eines seiner bedeutendsten. Es ist ein super wichtiges Stück und das ist der, das war der erste Part, wo mir ein bisschen die Tränen kamen tatsächlich, weil die das so gut aufbaut innerhalb der Doku und Steven Spielbergs Frau Kate Capshaw erzählt davon, wie er ihnen das erste Mal das Stück auf Klavier vorspielt. Also da musste ich echt, also da hatte ich Kloß im Hals ganz doll. Also da, das hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Mich nimmt das Stück aber generell auch immer mit, also immer, immer, wenn ich das höre, also das ist für mich, das ist für mich wirklich das Williams-Stück. Und gerade weil, weil es so anders ist. Ich meine, parallel hat er Jurassic Park gemacht. Das ist ja wirklich komplettes Kontrastprogramm und dass er dann so, ich meine, er hat ja vorher schon so viele Blockbuster-Scores gemacht und dass er sich dann bei Schindlers Liste wirklich so zurücknimmt und wirklich einfach die richtigen Töne anschlägt. Auch hier einige im Kollegenkreis sind ja nicht so der Freund des Films, aber die Musik von John Williams, wie gesagt, es ist die, es ist die Hymne der Shoah geworden. Und du merkst auch, dass dieses ganze Stück ist wirklich den Opfern des Holocaust gewidmet und da merkt man auch wirklich den, den, den großen Respekt. Allein schon Respekt einfach sich, sich wirklich auch so mal komplett zurückzunehmen. Ja, auch Spielberg in seiner Inszenierung gemäß, ja, seiner Komfortzone, sage ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen. Und ich fand es auch schön, dass ein Score, der gerne immer wieder vergessen wird und den ich fantastisch finde, obwohl Jazz eigentlich überhaupt nicht meins ist, der zu Catch Me If You Kenn wurde, wurde zumindest erwähnt. Ja, der kriegt eine kleine Erwähnung. Sehr, sehr schön. Ja, es ist halt unglaublich witzig, was da so alles mit drin ist. Und auch, sie gehen so ein bisschen allgemein auch auf die Wirkung von Musik ein und haben ja ein, zwei Szenenvergleiche. Hier ist Szene ohne Musik, hier ist Szene mit Musik. Einer meiner absoluten lieblingsmusikalischen Momente, die Zugerfolgungsjagd am Anfang von Der letzte Kreuzzug. Und da zeigen sie Szenen ohne Musik oder mit Musik. Und das ist halt Tag und Nacht. Also es ist fantastisch. Ja, was das für eine Wirkung hat. Und eben auch dieses schöne Beispiel, wo sie dann halt sagen, wo ich es ja auch halt super wichtig finde, wenn sie dann herausfinden, wo brauchen wir Musik und wo keine. Und dann eben für die Eröffnung von Private Ryan. Ja, machen wir keine Musik. Wir brauchen keine hier. Nee, und das ist, das gehört auch wirklich zu einem guten Komponisten und einem guten Regisseur, dass die gemeinsam herausfinden, wo brauchen wir was. Und manchmal ist halt auch der Fall, wo dann tatsächlich was komponiert wird, was dann im letzten Moment fallen gelassen wird. Und dann denkt man sich, ja, nee, war dann schon die richtige Entscheidung. Zu Williams als Komponist kann ich vor allem sagen, wenn du jetzt mal wirklich Revue passieren lässt, wie alt der Mann ist und dass er wirklich noch, also selbst zu den umstrittenen Star Wars Sequels die Musik geschrieben hat. Da geht er nämlich auch mal kurz drauf ein, dass er sich eigentlich bei Fortsetzungen nie so richtig wohlfühlt teilweise. Vielleicht ist das bei den Sequels sogar ein bisschen durchgekommen. Aber hör dir wirklich mal einfach die Musik an, also du glaubst nicht, dass die von einem 80-, 90-jährigen Komponisten kommt. Da ist immer noch so viel Kraft und so viel Verspieltheit. Und ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, dass John Williams in seiner Musik im Grunde niemals gealtert ist. Und das heißt jetzt nicht, dass er sich nicht weiterentwickelt hat, dass er nicht irgendwelche Phasen hat. Also wenn man John Williams kennt, dann hört man das raus. Bestes Beispiel ist Superman. Da hörst du ganz klar raus, das hat er zwischen Star Wars und Indiana Jones gemacht. Denn das klingt wirklich wie ein Hybrid aus beiden. Oder aber zum Beispiel, dass auf Catch Me für Ken der dritte Harry Potter Film folgte, der ja auch so Jazzklänge hat bei dem Nightbus, in der Nightbus Sequenz. Nee, also ich meine es wirklich so, er ist zeitlos in seiner Musik und wird auch dabei wirklich unsterblich bleiben, glaube ich. Das mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen. Und ja, der Film kommt dann natürlich am Ende auch mit sowas um die Ecke. Wobei ich fand es wirklich schön, wie John Williams gegen Ende sagt, man hat immer genug Musik für ein Leben, aber nie genug Leben für die Musik. Das hat mich komplett geschafft. Da bin ich in Tränen ausgebrochen. Das war für mich der Endpunkt, wo ich dachte, oh fuck. Das war auch ein schönes Schlusspunkt. Ja, das hat mich sehr tief getroffen tatsächlich, das Zitat, weil ich dachte, Gott, wahre Worte, wahre Worte wurden selten gesprochen. Ach Gott, also da, da war ich echt, da, da, da war ich weg danach. Oh, schlimm. Also was man, was man insgesamt, glaube ich, so abschließend sagen kann, die Doku ist sehenswert. Sie ist natürlich innerhalb dieser, also es ist natürlich eine Hollywood-Doku und letzten Endes auch eine einzige große Bauchpinselei. Die hat aber der Mann durchaus verdient, aber es stimmt schon, es passiert schon wirklich sehr, sehr viel in dieser Lucasfilm-Imagine-Blase. Also Brian Grazer, der Stammproduzent von Ron Howard, ist ja auch beteiligt gewesen an der Doku, das merkt man auch. Ich hatte, bis zum Schluss hatte ich so gewartet, weil ich muss dazu sagen, ich hatte die Doku mit meiner Mutter zusammengeschaut vorhin und ich sag's ganz ehrlich, ich hab wirklich, also alle fünf Minuten, hab ich zu ihr gesagt, boah, guck mal, ich hab Gänsehaut von dieser Musik. Dabei hatte ich mich dann aber irgendwann gefragt, ja, wann kommt denn jetzt hier endlich Harry Potter? Dachte ich mir so, hat Warner sich irgendwie quergestellt oder sonst was, aber da fiel mir dann auch schon auf, ja, sie spielen die Musik ein und sie zeigen auch Footage, aber größtenteils aus dem damaligen Trailer, was ja irgendwo passte, weil John Williams hat ja dieses Hedwig-Theme für alle, die es noch nicht wissen sollten, äh, ursprünglich eigentlich mal nur für den Trailer komponiert und das ist ja wirklich, es ist ja, es ist ja pure Magie, aber, äh, da fiel mir schon auf, da spielten sie dann größtenteils zumindest akustisch dann ein von irgendeinem Konzert, wo ich mir dann so dachte, oh ja, da umgehen sie wahrscheinlich irgendwelche Copyright-Geschichten, ne? Könnte möglich sein, ja, Harry Potter nimmt nur einen sehr kleinen Raum ein und auch erst vergleichsweise gegen Schluss. Ich hatte auf einen bestimmten Score gewartet, aber weil ich halt dachte, der stammt von einem auch nicht besonders gefeierten Spielberg-Film, da dachte ich mir, äh, okay, aber dann kommt der im Abspann und ich dachte, oh mein Gott, ach, Gott sei Dank. Äh, ich steh grad kurz auf den Schlauch, fürchte ich. Äh, sie spielen, sie spielen im Abspann Hook. Ach ja, der ja wirklich so der Prototyp schon für Harry Potter ist, ne? Ja, das ist eigentlich, das ist der, Hook ist eigentlich der quintessentielle John Williams Fantasy-Score danach, aus diesem Genre, das war dann eigentlich immer eine Variation von Hook, die er gemacht hat. Mhm. Obwohl er ja auch gesagt hat, äh, in welchen seiner, äh, Werke wirklich so, äh, er selber drinsteckt und da hat er, glaube ich, genannt, äh, unheimliche Begegnung der dritten Art, den muss ich zugeben, mag ich nicht so sehr, ich müsste dem aber irgendwann mal eine Chance geben. Mhm. Und auch, glaube ich, E.T. Ja. Und das super bescheiden auch, wo er sagt, oh ja, das Stück ist ganz gut und das Stück ist auch ganz gut. Ja, ja. Ja, ja, da würde ich sagen, diese beiden oder diese drei. Weißt du, von über 150, ne? Also, das ist unfassbar, also. Das ist wirklich Sinn, ich meine, der Mann hat fünf Oscars, der, äh, darf ruhig bescheiden sein, äh, wenn du willst. Und ich, ich glaube, 40, 40 Nominierungen hatte ich irgendwo mal gelesen, also. Teilweise, teilweise ist er auch gegen sich selbst angetreten in einigen Jahren. Da hat er teilweise zum Beispiel auch erst vor kurzem mit, äh, äh, Tim und Struppi und, äh, Warhorse, war er zweimal nominiert im selben Jahr. Ja gut, vor kurzem ist jetzt schon eine Weile her, ne? Ich glaube, so ein Jahrzehnt ungefähr. Ja, ja, aber halt vergleichsweise, aber ist auch nicht das erste Mal. Eine Anekdote, die ich gehört hatte und diese nicht in der Doku erwähnt, ist nämlich auch zum Beispiel, dass er für der Weiße Hai gewonnen hat, seinen ersten Oscar, da hat er, äh, die musikalische Leitung gehabt für das Orchester während der Verleihung. Was bedeutete, dass als er ausgerufen wurde, musste er von unten hochgehen auf die Bühne, seinen Oscar entgegennehmen und dann für den Rest des Abends weiter dirigieren. Ja, es wird ja auch mal kurz gestreift, dass er sich, ähm, äh, auch mit dem, äh, wie heißt das, Boston Pops, äh, Orchestra irgendwie überworfen hatte, ne? Ja, ich kannte die Geschichte mit ihm und den Boston Pops, kannte ich kaum, aber ich fand, das war super interessant und auch eben, da stoßen sie eben auch sehr schön an, dass eben, äh, in Konzert, äh, Kreisen Filmmusik immer sehr belächelt wurde und das aber sie erwähnen eben auch, dass es ja jetzt extrem in ist und das ist mega cool. Ja, das sind wirklich, also ich kann's bestätigen, ich hab, äh, zwar nicht John Williams, aber, äh, Hans Zimmer hab ich in Oberhausen gesehen, in einem ausverkauften Stadion mit 10.000, äh, Zuschauern und du wahrscheinlich noch einige andere Sachen, also ich war nicht auf so viel Filmmusikkonzerten, äh, leider auch nicht von John Williams, äh, aber also was, was ich schon beeindruckend fand, dass er wirklich von Anfang an irgendwie seine Finger in allen möglichen Sachen drin hatte, die, die auf lange Sicht dann einfach Kult waren. Ich mein, der Mann, der hat schon irgendwie Piano gespielt für wirklich Henry Mancini, äh, äh, oder, äh, Bernard Herrmann. Elmer Bernstein. Ja, genau, also wirklich die, die, die ganz großen. Das wusste ich zum Beispiel nicht, das, das war für mich, das war für mich super Erraschung. Vielleicht war's bei, äh, Kill a Mockingbird und so weiter, also wo ich dachte, nein, das kann doch nicht. Unfassbar. Aber ja. Ping Panther, Ping Panther. Ja. Von, von Henry Mancini, da ist er schon beteiligt, das ist wirklich, weißt du, der, der hat, der hat nicht nur in seiner Hauptkarriere gefühlt die halbe Filmgeschichte geprägt, sondern davor auch schon, also wirklich, es ist unfassbar. Es ist unglaublich. Das, also, es ist der größte lebende, äh, eventuell ist das wirklich der größte Filmkomponist, den es eigentlich jemals gegeben hat, würde ich sagen. Ist halt der, der so richtig, dass wir so der erste, ja, fast schon, weil das an sich den Status des Filmmusik- Rockstars hat ja irgendwie auch Hans Zimmer und so ein bisschen auch so selbst sich so zusammengezimmert irgendwie, äh, haha. Aber eigentlich, also, das ist eigentlich John Williams war so die erste richtige große moderne Filmmusik-Superstar, könnte man schon fast sagen. Ja, und er konnte auch beobachten, wie das gewachsen ist, ne? Also, er erzählt ja irgendwie da, dass er mal dann, äh, Auftritte in Arnerheim hatte, bei, bei Konzerten. Arnerheim muss man ja dazu wissen, da findet, glaube ich, bis heute die Star Wars Celebration statt, ne? Oh, ja. Und, äh, also, wo dann irgendwie groß was angekündigt wird und irgendwelche Filme, die dann doch nicht gemacht werden, aber egal. Und, äh, da erzählt er dann ja auch, wie das wirklich so gewachsen ist, ne? Also, 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 so wirklich über die Jahrzehnte, in den ersten Jahren hätten da eher nur so ein paar Leute mit Lichtschwert gesessen und heute wären es, und dann wären es immer hunderte, tausende gewesen und dann sieht man eben auch so die Aufnahmen und, und wie er dann auch kurz dann irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, einmal benutzt er, glaube ich, sogar so ein Plastik-Lichtschwert als Taktstock. Ja. Und liefert sich dann auch mit irgendeinem anderen Kollegen so einen kleinen Lichtschwertkampf auf der Bühne. Oh ja, äh, Gustavo Dudamel, auch ein sehr großer, ähm, Dirigent, der hat auch mit John Williams an den Star-Wars-Sequels, äh, mitgearbeitet, auf jeden Fall bei Episode 7. Äh, also insgesamt können wir die Doku schon empfehlen. Ähm, es ist natürlich, ja, es ist ein, es ist eine Produktion für Disney Plus, kann man sich wirklich ansehen, äh, wenn man, also ich muss gestehen, ich wusste über Williams als Privatperson nicht so viel, zum Beispiel, dass er, hast du ja schon angemerkt, gesagt, dass er seine Frau so früh verloren hat, das, äh, hatte ich gar nicht auf dem, auf dem Schirm und auch wie er, also da hab ich mich dann schon gefragt, wie er, wie er das gemacht hat, äh, als alleinerziehender Vater mit drei Kindern zu einem Zeitpunkt, wo seine Karriere eigentlich erst richtig losging, ne? Es ist, ja, es ist wirklich schon, ähm, ja, und er, er sagt ja von sich selbst auch in der Doku, er hat viel Glück gehabt, hat ein paar Rückschläge, aber insgesamt, äh, hat er auch einfach großes Glück im Leben und das stimmt halt tatsächlich, einfach der richtige Mann zur richtigen Zeit und, äh, es gibt einige wirklich richtig lustige und niedliche Momente auch hier, ähm, es gibt einige sehr, sehr berührende Momente, also mich hat's sehr mitgenommen, ich war auch nicht der Einzige, Eric Woods, ähm, den ich auch schon bei meinem Podcast zu Gast hatte auf Facebook, der hat sehr geschwärmt von der Doku und er war am Anfang sehr skeptisch, ob diese Doku was wird, aber ich würde sagen, diese Doku ist ein sehr, sehr liebevoller, sehr, sehr schön und professionell gemachter Tribut an John Williams, an seine Arbeit und auch, äh, an seine Fans. Ja, würde ich, würde ich mich anschließen, also so mit allen Risiken und Nebenwirkungen, also ich, stimmt schon, ich hätte wirklich gerne mehr Leute irgendwie gesehen, aber ja, gut, du musst natürlich auch irgendwie die Zuschauer so ein bisschen abholen, das muss ich übrigens sagen, die Doku hat es sehr gut geschafft, äh, einen direkt als Zuschauer so mitzunehmen, ne? Ja, sehr gut, das Intro, ähm, sehr, sehr gut gemacht und zwischendurch wird es auch halt ein bisschen analytisch, wie er dann zum Beispiel das, dass das Thema von unheimlichen Begegnungen auseinander nimmt und so ein bisschen analysiert und ich dachte mir, oh, das ist super faszinierend, dafür hätte man sich hier und da gerne noch ein bisschen mehr gewünscht, aber, hey, begrenzte Laufzeit, ich verstehe schon. Und der Mann hat ein langes Leben. Ja, ich, wofür ich, das ist etwas, wofür ich echt total brenne, ich meine, das ist etwas, was ich in einem meiner eigenen Podcasts mache, im Prinzip. Und, ähm, es ist einfach, äh, ja, ganz, ganz toll, ähm, einen Mann auf diese Weise beleuchtet zu sehen, einen Mann, der auch, äh, in meinem eigenen Leben eine große Rolle gespielt hat, der erste Harry Potter-Score war die erste Soundtrack-CD, die ich hier besaß und die war gebrannt. Darf er nicht hören. Und seitdem, und seitdem, ich hab sie nicht selbst gebrannt, ich hab sie von Jörgen gekriegt. Ja, das sagen alle. Ohne, ja, und, ähm, und seitdem ist die Sammlung extrem gewachsen, ich meine, von ihm hab ich auch sehr, sehr viele Sachen auf CD und, äh, einige von Filmen, die ich noch nicht mal gesehen hab, einfach nur, weil sein Name draufsteht und das sagt eigentlich schon alles aus. Ja, also, kann man sich definitiv ansehen, äh, seit heute, dem 1. November, äh, auf Disney Plus exklusiv, dauert so, glaub ich, 100 Minuten und, äh, beim Abspannen, äh, Leute, wenn ihr euch einen Abspann anseht, achtet mal drauf, äh, also nicht nur, wie viele Tafeln es hier mit Additional Material gibt, aus allen möglichen anderen Filmen, sondern auch dann, äh, die Nachweise seiner Werke. Ich meine, ich habe es gezählt, ich glaube, es waren zehn Texttafeln voll mit, äh, Quellen nachweisen, wo die und die Musik her ist. Also wirklich, äh, hält's da Wahnsinn. Der, der pure Wahnsinn, ne? Da kann ich auch nichts mehr hinzufügen, außer, ähm, nicht nur für Fans absolut sehenswert. Ja, und für alle, die es, äh, vielleicht noch werden wollen, also es ist auf jeden Fall, äh, können, können sich auch wirklich Leute ansehen, die jetzt nicht so wahnsinnig Filmmusik-affin sind. Ja. Ja, das funktioniert dahingehend. Also der, die, die Doku, die spricht durchaus eine breite Zielgruppe an und ich meine, sie haben ja auch wirklich so das Who is Who, äh, seiner Filmografie an Bord, ne? Was sich ja im Grunde auch gar nicht vermeiden lässt. Nee, absolut nicht. Ich meine, da waren vielen populären Projekten beteiligt, die werden ja auch so ziemlich alle erwähnt. Einige nicht so direkt, aber auf jeden Fall die, die man ihnen kennt und die werden entsprechend beleuchtet und das ist absolut angemessen. Und hier und da habe ich auch noch ein paar, ähm, ja, neue Sachen erfahren. Das Behind-the-Scenes-Material war auch mega cool und informativ, wo ich auch dachte, boah, Mensch, damals schon haben sie irgendwie Kameras laufen gehabt, cool. Wenn man da Aufnahmesessions sieht von E.T. oder solchen Sachen, mega faszinierend. Und, äh, deshalb ist das hier für mich absolut eine Guck-Empfehlung für alle Leute mit Disney Plus und, äh, auch für Leute, die vielleicht nicht so sehr was mit Filmmusik anfangen können. Es könnte gut sein, dass ihr hiernach etwas mehr mit diesem Genre anfangen könnt. Maybe, maybe, ja. Dann kannst du, glaube ich, noch deinen, äh, kurz Filmmusik-Podcast und deinen Blog empfehlen an der Stelle, oder? Ja, absolut. Ich, äh, schreibe über Filmmusik auf scoregeek.wordpress.com. Da habe ich jetzt gerade eine elendlange Rezension zum zweiten Rings of Power-Score gemacht. Also, es gibt einiges zu lesen. Demnächst folgt auch was zu Vox Machina garantiert. Und lustigerweise, rein zufällig, kam heute die, ähm, Rezensionsauswahlmöglichkeit für Cinema Musica, wo wir uns unsere Scores rauspicken können, die wir gerne für die Zeitschrift rezensieren möchten. Und da habe ich mir insgesamt schon inzwischen neun Scores ausgesucht. Und, äh... Keine von John Williams. Das wird, äh, das war einfach äh, keiner von John Williams, weil der äh, hat dieses Jahr nicht nichts, nichts Neues gemacht. Aber das hätte ich auch eher jemand anderem überlassen, der noch ein bisschen besser drüber schreiben kann. Bei, äh, John Williams, da gibt's natürlich viele Fans, die sehr, sehr gerne, ähm, genau, was dazu machen wollen. Genau, und ansonsten habe ich, äh, Scoreschnack, äh, wo wir über, äh, Filmmusik sprechen und, äh, Trackswap auf Sideshowsonpheater.com. Also, da reden sie auch über John Williams und wir allgemein sehr ausführlich. Es gibt überall was zu sehen von mir, wenn es um Filmmusik geht. Und, ja, und natürlich, wenn ihr die neuesten Film- und Serienrezensionen hören wollt, dann ist der Tele-Stammtisch die richtige Adresse für euch. Wo auch Dom sehr fleißig bei der Sache ist, genau wie wir alle. Und ich freue mich sehr, dass es auch Dom war, der sich hier mit, äh, bereit erklärt hat für diese Doku. Es war ein Spaß. Ja, kann ich nur zurückgeben und, äh, ja, vielleicht, äh, schlage ich dann ja endlich mal irgendwann, äh, im Scoreschnack auf. Ja. Äh, wie wir das, glaube ich, irgendwie schon seit mehreren Jahren geplant haben. Allerdings, allerdings. Aber, äh, stay tuned. Yes. Und, äh, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich, ich mach's, glaube ich, mal wirklich ganz oldschool. Good night and good luck. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Euer Andi. Euer Andi. Euer Andi. Euer Andi.